Nachrichten Und guck mal Da müssen wir hin Oder? Ne, da müssen wir nicht hin Da müssen wir hin Hier müssen wir hin Na dann Machen wir das doch Ich hab nun übrigens Pfifferlinge gebraten Pilze Und ich mache ja diese Wildnisreise Und dann finde ich ja auch oft Pfifferlinge Je nachdem zu welcher Jahreszeit ich unterwegs bin Und ich liebe Pfifferlinge Und jetzt habe ich mir welche gekauft In einem Supermarkt Und kann nur sagen Das ist echt was anderes Ja, ich bin ganz enttäuscht Über meine Supermarktpfifferlinge Jetzt wisst ihr es Ja Flötet Musiziert Ja, das muss ich heute Nachmittag auch noch Gut Du bist jetzt in Zeit Eine Frau in Stroma braucht deine Hilfe Okay Was? Wohin? Silberzunge und Sprich mit ihr befindet sich im südlichen Teil von Ferrajas Zuflucht. Süden ist hier. Da vielleicht? Stroma? Ja, Stroma. Mal natürlich sagen, machen wir es sonst auch einfach, weil bis ich meinen Weg gefunden habe, durch diese ganzen Flüsse und allem, alles, habe ich Pegasus mindestens viermal versenkt. Also, da sind wir so, glaube ich, schneller und weniger nass. So. Zack. Was denn hier? In der Nähe? Guck an. Das ist ja sehr nah. Praktisch. Da hatten sie wohl kein neues Gesicht mehr. Ja, für wen arbeiten wir denn jetzt? Jetzt mal im Ernst. Mensch, ne? Ah, den haben wir wahrscheinlich schon umgebracht, oder? Frei, die Dorfbewohner. Pess da. Ah, okay. Entschuldigung. Wo ist denn der dritte? Ich sehe jetzt hier nur zwei. Okay. Ja, hier waren wir nämlich. Seht? Hier, da, hier waren wir schon. Hier habe ich, äh, Seelen für die andere Quest gesucht. Und unangenehmerweise habe ich ihren Sohn wahrscheinlich niedergemetzelt und befreit. Nee, warte. Ich habe ihn ja befreit, nicht niedergemetzelt. Die sterben ja dann gar nicht. Aber vielleicht gehört der zu den Niedergemetzelten. Das kann natürlich sein. Hä? Hä? Ich habe ihn. Hallo? 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 Hallo. Äh, jetzt. Zack. Ist eigentlich ganz geil, dass man die nicht mehr töten muss. Das ist super. Haben wir jetzt alle? Ja. Schön. Also, super. Silberzunge. Oh. Was ist denn das? Das ist ja cool. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay, ist nicht ganz so cool. Better let the silver tongue know, I couldn't save Theron. I don't know. Hm. Tja, wir versuchen es mal mit Hekate. Es sei denn, sie hat uns angelogen. Willet ihr, also jetzt nicht aus solcher Höhe, aber willet ihr aus großer Höhe irgendwo so ins Wasser springen? Also, ich habe das nicht mal als Kind gerne gemacht. Also, was heißt gerne? Ich hatte immer Schiss davor. So vom Zehner und so, nee. Also vom Einer, okay. Es könnte sein, dass ich auch im Zweier gesprungen bin. Es könnte auch sein, dass ich vom Dreier gesprungen bin. Es könnte auch sein, dass ich irgendwann mal vom Zehner gesprungen bin. Es könnte genauso gut sein, dass ich mich nicht getraut habe. Weil so jetzt rückblickend denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso sollte ich das tun? Oh Gott. So. 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 Tja, hoffentlich hat sie uns nicht verarscht, die Heikato. Hm? Ich will auch so leuchtende Streifen. Why would Presiphoni outlaw this water? Her need for control has grown beyond understanding. What matters is that the humans of Elysium get the help they desire. With an intensity unparalleled on Earth. I'll return when I've delivered the water. Remember, it's forbidden. You can't be seen when you bring it to the villa in Adonis' gardens. Ah, es ist für sie, oder? Ich glaube, es ist für sie. Noch einen Schluck. Es wird sein, ne? Ja. Ich glaube, sie meinte sich selbst. Ach, cool. Ähm. Ach, hier. Ach, wir sind gar nicht so weit weg. 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 Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Wieso muss immer alles unter Wasser sein? Wieso? 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 Ich weiß, wo der Archer ist! Hey, du! Ow! Ow! Bishou. Tja, so beängstigend sind die gar nicht mehr, ne? Tja, so beängstigend sind. Tja, so beängstigend sind. Tja, so beängstigend sind die gar nicht mehr. 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 So, so beängstigend sind die gar nicht mehr. Tja, 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 so beängstigend sind die gar nicht mehr. Ja, lass mal stänkern. Ja, lass mal. 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 Einen können wir retten. Oh, zack. Ja, lass mal. Ja, lass mal. Ja, lass mal. Wenn das ihr Wunsch ist. Äh, Theron? Ach so, das war der Sohn von der silbernen Zunge. Ja. 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 So. So. Oh, oh. Eieiei. 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 Na, das geht doch. Ja. 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 Ich habe bereits gesagt, dass du nur was ich gefragt hast. Gut. Und was hast du gesagt Cassandra für dich getan? Persefoni... ...Rumor has it Leethi's water has once again entered circulation in Elysium. Don't you dare try to talk your way out of this! You are the only person who knows what Leethi's water means to me! I'm sorry. You would never understand the intricacies of a divine creation like Leethi's water, but I won't forget what parts you played here. Persefoni, I was only trying to- I'll be watching you more closely from now on, friend. This wasn't about helping Adonis at all. You knew that woman would be no use to the Rebellion after drinking the water. The woman DID promise her help, that wasn't a lie. As for my motives, I've told you from the start they are mine alone to know. But if humans so desperately desire to move on from their pasts, Persefoni shouldn't make that choice for them. If humans want to drink alone, away from your mindless chatter. You're a little girl now. Na, thank you. Bitch. So. Lassen wir die alte Kröte doch ziehen und widmen uns einer neuen Quest. Das hört sich sehr gut an. Jetzt müssen wir schon wieder mit ihr sprechen. Obwohl sie sich doch zurückgezogen hat. Wohin ist sie denn nur? da drüben. Nun gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal hier stehen bleiben. So. Die Aussicht genießen. Und speichern. Ich freue mich aufs nächste Let's Play. Bis dann.